Aktuelle Ausstellungstipps aus der Barlachstadt Güstrow Das Foyer des Rathauses der Barlachstadt Güstrow zeigt eine besondere Ausstellung. Zu sehen sind die erarbeiteten Förderschwerpunkte der Stadt für das Sanierungsgebiet der Altstadt. Dokumentarisch sind nicht nur neue Pläne ausgestellt, sondern auch bereits erfolgreich durchgeführte Sanierungs- und Neubaumaßnahmen. Die Ausstellung ist als Bürgerinformation im Rathaus zu sehen.